Stell dir vor, die KI generiert Videos und du bekommst jeden Tag dafür Provisionen ausbezahlt. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du einfach mit KI generierten Videos täglich online Geld verdienen kannst und das Ganze mit extrem wenig Aufwand, ohne Vorerfahrung und sogar ohne laufende Kosten möglich. Alles was wir dafür benötigen ist YouTube und nein, wir brauchen keinen eigenen YouTube Kanal erstmal, sondern wir werden mit fremden YouTube Videos Geld verdienen. Und das Schöne ist, eine KI wird die komplette Arbeit für uns erledigen. Wie das Ganze funktioniert, werde ich dir jetzt natürlich Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Und das Erste, was wir machen wollen, ist einfach mal auf YouTube gehen und nach einem Schlagwort zu suchen, wo extrem viele Leute kennen oder wo viele Leute gerade danach suchen. Wie zum Beispiel MrBeast. MrBeast ist ein bekannter YouTuber mit mittlerweile über 318 Millionen Abonnenten. Und was wir jetzt einfach machen werden, wir werden seine Videos nehmen, daraus Kurzform-Videos erstellen und diese dann einfach später re-uploaden, um damit täglich Geld verdienen zu können. Und das Schöne ist, du brauchst keine Erfahrung im Videoschneiden oder sonst was, sondern wir werden einfach eine KI nutzen, die das Ganze komplett automatisiert für uns erledigen wird. Was wir jetzt also machen wollen, ist uns einfach mal ein Video rauszusuchen, wo jetzt zum Beispiel erst vor kurzer Zeit hochgeladen wurde und relativ viele Aufrufe generiert hat. In dem Fall, das Video hat zum Beispiel vor drei Monaten oder ist vor drei Monaten hochgeladen worden und hat bereits über 130 Millionen Aufrufe. Was wir jetzt ganz einfach machen können, ist hier auf dieses Video drauf zu gehen, mit einem Rechtsklick auf den Punkt Adresse des Links kopieren. Und jetzt werden wir auf die KI gehen, die dieses komplette Video für uns eben später in Kurzvideos schneiden wird und das Ganze völlig automatisiert. Das Tool, was wir dafür nutzen können, heißt opus.pro und du kannst dich hier am Anfang komplett kostenlos anmelden und bekommst am Anfang sogar, soweit ich weiß, 60 kostenlose Credits zur Verfügung gestellt. Das heißt, du kannst insgesamt Videos mit einer Länge von 60 Minuten am Anfang hochladen. Das heißt, wenn wir jetzt hier, sage ich mal, 10 solche Videos oder 6 solche Videos hochladen würden, dann hätten wir eine Stunde gefüllt. Das heißt, wir könnten insgesamt aus 6 solchen langen YouTube-Videos ganz viele Shorts erstellen. Also, hier kannst du ganz einfach mal hingehen auf opus.pro. Du kannst dich hier kostenlos anmelden. Nachdem du dich angemeldet hast, kommst du in den Dashboard, das sieht in etwa so aus. Du kannst jetzt hier dann ganz einfach den Link einfügen von dem jeweiligen YouTube-Video und kannst dann hier einfach noch ein paar Einstellungen machen, wie zum Beispiel, was du zum Beispiel einfach für Untertitel haben wollen würdest. In dem Fall, ich nehme eigentlich immer den Beastie-Style. Meiner Meinung nach ein sehr cooler Untertitel-Style. Und dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel noch auswählen, von wo bis wo ihr das Ganze nur geklippt haben wollt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wisst, hey, in Minute 1 bis Minute 3 ist zum Beispiel ein sehr cooler Inhalt in dem Video. Da wollt ihr zum Beispiel irgendwas speziell rausgeschnitten haben. Dann könnt ihr das Ganze hier auswählen. Ich nehme bei so längeren YouTube-Videos einfach immer das komplette Ding, so wie es ist. Lasse es eigentlich standardmäßig drin. Und gehe dann hier einfach auf Get Clips in One Click. Ich habe jetzt, bevor ich das Video aufgenommen habe, schon mal ein anderes Video für euch hier reinkauen, das wir nicht warten müssen, sondern direkt weitermachen können. Im Endeffekt, wenn ihr hier auf Get Clips in One Click klickt, wird das Ganze im Prinzip einfach kurz geladen. Und wir können dann später hier ganz einfach das fertige Video anschauen. Ich habe hier vorhin schon mal das mit einem anderen Video gemacht, wie ich es gerade eben schon mal gesagt hatte. Und jetzt werde ich euch einfach kurz zeigen, wie wir diese ganzen Dinger hier einfach noch geschwind bearbeiten können. Das Ganze ist wirklich extrem cool aufgebaut. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel links einen Viralitätsscore. In dem Fall haben wir jetzt hier 99 von 100. Ich hatte selbst persönlich noch nie einen 100er Score. Also ich kann euch sagen, wenn ihr einen 99er Score habt, ist es schon mal eine extrem coole Möglichkeit. Ihr könnt das Video dann hier einfach kurz ablaufen lassen. So, wir sehen jetzt also, das Ganze fängt extrem crazy schon mal an. Das ist ein 100.000 Dollar Plane, also ein 100.000 Dollar Flugzeug. Und was wir jetzt hier einfach machen können, ist einfach mal auf den Punkt Edit Clip gehen. Oder ihr könnt euch natürlich am Anfang auch einfach mal das komplette Video anschauen, wenn da alles passen sollte. Und ihr sagt, hey, okay, das sieht einfach extrem gut aus und die ganzen Untertitel passen auch. Dann könnt ihr hier ganz einfach auf den Punkt Download gehen und könnt euch das Video runterladen. Falls ihr jetzt noch irgendwas editieren wollt, können wir ganz einfach auf den Punkt Edit Clip gehen. Und können jetzt hier dann einfach noch die ganzen Sachen einfach später anpassen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sehen, dass irgendwas mit den Untertiteln nicht passen sollte. Das heißt, wir wollen jetzt hier zum Beispiel irgendwas ändern. Dann können wir einfach auf das jeweilige Wort klicken, Edit Words. Und können jetzt dann hier zum Beispiel einfach noch irgendwas hinschreiben. Oder halt auch einfach, auch nicht, wenn alles passt. Und so könnt ihr das ganze Video dann einfach geschwind durchgehen. Wenn ihr damit komplett zufrieden seid und das Ganze fertig ist, könnt ihr hier einfach auf den Punkt Save Changes gehen. Und dann haben wir das Ganze eben schon fertig gemacht. Ihr seht also, es ist extrem einfach mit diesen Videos, weil wir einfach extrem wenig Aufwand haben. Wir sehen jetzt hier also, wir haben jetzt schon gute Videos rausbekommen. Wir haben jetzt hier eins mit 99, hier das zweite mit 92 zum Beispiel. Wir können jetzt hier einfach mal schauen, wie viele Videos wir insgesamt von Opus Pro bekommen haben. In dem Fall haben wir insgesamt 10 Videos aus einem einzigen YouTube Video bekommen. Also wenn ihr diese ganzen Videos alle verwenden würdet, jeden Tag zwei Videos hochladet, habt ihr schon mal für fünf komplette Tage in der Woche fertige Videos und das Ganze mit wirklich extrem wenig Aufwand. Dann könnt ihr die ganzen Videos ganz einfach hier runterladen. Und was ich euch jetzt auf jeden Fall empfehlen würde, wo ihr diese Videos hochladen solltet, ist einmal wieder auf YouTube. Das heißt, ihr könnt ganz einfach auf YouTube gehen, könnt euch einen Account erstellen und dann unter studio.youtube könnt ihr die Videos einfach hochladen als Short Videos und könnt dann einfach mit solchen kurzen Videos hier, die hier hochladen werden, einfach euer Geld verdienen. Ihr seht, solche Short Videos haben teilweise extrem viele Aufrufe. Wir können auch einfach mal nachschauen, wie viele solche Shorts zum Beispiel von MrBeast generieren. Wenn wir hier einfach mal auf Shorts gehen, sehen wir teilweise auch Videos, wo einfach extrem viele Aufrufe haben. In dem Fall sehen wir jetzt hier unter MrBeast leider keine wirklichen Shorts gerade, weil es der Algorithmus einfach uns nicht direkt anzeigen kann. Aber ihr könnt einfach mit diesen Kurzvideos über YouTube trotzdem extrem viel Reichweite generieren. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist die Videos ebenfalls auf TikTok hochzuladen und mit dem TikTok Creator Programm Geld zu verdienen. Und je öfter ihr das macht, desto mehr könnt ihr natürlich an Einnahmen später auch generieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit der heutigen gezeigten Methode. Probiert die ganze Strategie auf jeden Fall aus. Und wenn ihr nur mit eurem Smartphone Geld verdienen wollt, und zwar jeden Tag komplett passiv, ohne laufende Kosten, dann schaut einfach mal unterhalb von diesem Video, da habe ich euch ein kostenloses Training aufgenommen, wo ich euch alles Schritt für Schritt zeige, wie ihr selbst nur mit dem Smartphone und digitalen Produkten jeden Tag solche Summen generieren könnt. Ohne ein eigenes Produkt, komplett anonym und ohne laufende Kosten. Das war's mit dem heutigen Video. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Euer Luke. Macht's gut. Ciao, ciao.